Ja, gleich wieder ein bisschen wacher. Das soll ja helfen beim Spielen. Das heißt, ich laufe jetzt runter, schnappe mir ganz viele Eisenzahnräder, weil ich habe noch 100 dabei, und baue dann die Roboports, die ich eben gerade meinte. Da, du nimm mal alles. Was brauchen wir noch für Roboports? Nom nom nom. Plastik, anscheinend noch genug Stahl. Wo ist mein Stahl? Da oben. Und wird schon aufgefüllt. Ja, alles gut soweit. Also Roboports können wir oben setzen. Vielleicht noch ein paar davon bauen. Pumpjacks waren auch noch auf dem Plan, ne? Dass wir da die restlichen drei ersetzen, damit sich das da füllt. Ja, bau die drei bitte. Genau, bau die drei mal, das kann eine Weile dauern. So, also hoch, Roboports setzen. Gucken, wie das mit der Abdeckung klappt. Dann passt das schon. Ähm, ich wollte das hier außenrum machen, ne? Das geht nur nicht so ganz auf. Doch geht's, okay. Äh, so. Eins, zwei. Hier wäre der nächste. Du, geh mal da hin. Und das klappt natürlich nicht. Zwei. Also ich müsste hier noch einen extra hinsetzen. Wobei da ja nicht mal Stromversorgung ist, ne? Wo, wo sind meine... Genau, dann mess mal die da. Tu die dahin. Ich brauche keine Gun Turrets mehr in absehbarer Zukunft. Oder das? Achso, ein Roboter, der irgendwas gesetzt hat. Ähm. Substations? Hatte ich nicht eben gerade noch fünf? Oh. Hatte ich eben gerade noch fünf Stück? Er setzt fünf Stück und wundert sich, dass keine Substation mehr da sind. Ja. Ja. Also ich setze dann einfach gleich eine Substation. Ich bräuchte die mal kurz ab. Substation da vorne hin. Und dann passt es halt nicht ins Muster. Aber was soll's. Momentan bin ich gerade in so einer Situation, wo ich nicht so sehr aufs Muster achte, wie ich es gerne würde. Weil wir ja doch ein wenig bedrängt sind. Das heißt, du kommst jetzt mal... Ja, ne, musst du ein Watt da runter. Hast du hier Strom? Ja, bist mit einem Fußende da noch drin. Das ist okay. Das heißt, das wird jetzt alles beliefert und entladen. Das ist schick. Und euch fehlt eigentlich nur Treibstoff? Der jetzt angeflogen kommen müsste, weil ihr jetzt erst eine Abdeckung habt. Und den kriegen wir hier auch endlich an. Strom. Ja, alle Roboter sind ausgelastet. Ja, kommt ihr mit Stein angeflogen. Das ist halt komisch. Und ich wollte auch noch eine Verbindung schaffen nach hier drüben, damit die Roboter nicht so komisch zickzack fliegen und dann keinen Strom mehr haben. Das heißt... Ist das hier weg? Eins... Zwei... Drei... Hier noch einen hin. Baum, geh weg. Ja, hat jetzt nicht so super viel gebracht. Den werde ich dann eventuell bei Zeit mal abreißen. Aber bis dahin kannst du hier erstmal die... Sachen da abreißen. Da kommt der Trupp. Hier kommen die ganzen Brennstoffzellen. Das ist gut. Apropos Brennstoffzellen. Ich sollte gleich mal gucken, ob das hier unten einigermaßen steht mit der Versorgung. Okay, hier ist der größere Puffer. Gib mir mal ein paar Blöcke. Lager mal dich hier ein. Oh, Angriff. Angriff oben links. Lauf. Wechsel Waffe, weil die Waffe ist doof. Und es ist genau da, wo ich gerade die Truppostür abgenommen habe, ne? Aber kam nichts durch. Okay, alles gut. Alles gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Pautida. Letzten Fitzeldinger hier wegmachen. Stein hatten wir vor kurzem schon umgestellt. Das sollte okay sein. So. Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne mehr Tungsten. Ich hätte gerne mehr Topase. Ich hätte gerne hier die ganzen Mauern weitergebaut. Die hatten wir in der letzten Folge. Angefangen abzureißen. Hier ist die Viermauer. Sieht schon richtig gut aus. Und ich habe vergessen, den Zeitraffer zu machen, ne? Ja, ich wollte eigentlich mal wieder ein bisschen Zeitraffern und Topase abbauen. Wie viele Picken habe ich da? Drei Stück. Also ja, nach dieser Folge ernsthaft wirklich ganz bestimmt Zeitraffern. Damit das hinhaut. Und das hier ist sowas voll hässlich. 1, 2, 3, 4. Mach die mal weg. Ja. Ja. Und hier könnte ich die ganzen wieder aufbauen. Ich weiß, ihr fühlt euch irgendwie nicht verarscht, aber das muss gemacht werden. Und so. Ich habe gerade mehr darüber dann gesprochen. Nicht mit euch. Tut mir leid. Du da. Du da. Das sollte jetzt erstmal reichen. Und hier haben wir noch gar keine Lasertürme. Das ist nicht so schick. Bitte gib mir... Was brauche ich denn nicht so häufig? Ich brauche die Shotgun-Munition nicht mehr so häufig. Bitte gib mir... Ganz normal Laserturrets. 50 Stück. Gut. Mein Spielermittal macht gerade nichts. Giftkapseln habe ich keine Kohle für. Das ist mau. Na gut. Batterien wollte ich holen. Bessere Schilde wollte ich holen. Wobei die Könige kriege ich so nicht platt. Ne. Lieber an der Basis weiter ausbauen. Das heißt, ich hätte gerne Radarschüssel. Wäre noch ganz praktisch. Wir brauchen immer tierisch viel Strom. Die Pumpchicks. Die vier sollten eigentlich reichen. Wollen wir noch mal ein paar Adeltpicken. Damit ich eine Hege noch habe. Ah da. 25 Rote Chips. Okay. Rote Chips. Habe ich komischerweise nicht geliefert bekommen. Das heißt, die sind im System wohl nicht so stark vorhanden gerade. Daran könnte ich arbeiten. Allgemein wieder ein bisschen Feintunen, was das angeht. Ah, das läuft. So ein bisschen zumindest. Das hört sich sehr komisch an, aber es läuft. Wir brauchen mehr blaue Kisten. Die schmeiße ich gleich auch ins System. Bau bitte blaue Kisten. Da. Komische Wusel. Storage. Storage. Okay. Gib mir. Bomben. Bomben. Kommt da so ein Zeug rein? Warum lagert die grüne Chips in den... Habe ich irgendwo aus Versehen lila Kisten schon wieder gebaut? Nee, ne? Sehr kurios. Weg damit, weg damit. Her damit. Ja, das ist eine rote Kiste. Warum tust du sie da rein? Ach so. Sie sind wahrscheinlich zu mir hingeflogen. Ich habe mich zu viel bewegt. Und dann haben sie sie einfach eingelagert, weil sie nicht nochmal zu mir fliegen wollen, weil sie eingefressen waren. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Also du schmeißt das bitte rein. Die können weg. Irgendwas wollte ich gerade rein tun. Genau, blaue Kisten. Zack. Da, damit ihr das oben hin tun könnt. Mit der richtigen Konfiguration. Das ist okay. Die brauche ich nicht mehr. Nö, 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 nö. Rote Chips. Arbeiten nicht, weil kein Plastik da ist. Ernsthaft? Das Problem hatten wir vor kurzem erst behoben. Mit dem Plastik. Du da. Nee, hatten wir nicht. Ja, okay. Definitiv mehr von euch. So, du hättest gerne Speed Moduler. Ich hätte gerne Speed Moduler. Wo ist meine Speed Moduler? Wie ist der? Da. Gib mir ja 20 davon. So, du weg, du weg. Du hin, du hin. Raus, rein. Hat schon, hat schon, hat schon. So, ist ein ganz toll, ne? Äh. Wird er schon über Cap? Nö. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich ja auch nicht. So, füllst du dich? 17,9, 18, 19,1, 18,2. Ja, tust du. Kommt ihr auch schnell genug hinterher? Schaut soweit okay aus? Jo, 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 okay, super. Trotzdem hätte ich noch ganz gerne, ich habe noch einen von den guten Pump Tracks, hier habe ich. Trotzdem hätte ich ganz gerne noch eins von den anderen Feldern hier angeschlossen. Also du gingst nicht. Oh, du gingst. Du gingst nur nicht da. Okay, dann machen wir einfach hier. Ein Rohr. Oh, 9,4 die Sekunde. Das müsste jetzt richtig abgehen. Ja, gib ihm. Schön, 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 schön. So, Petroleumgas kommt aber ziemlich langsam. Ich sollte das Ding hier vielleicht mal ausmachen. Und weiter damit leicht über das Ganze hier machen. Ja, okay. Petroleumgas müsste jetzt kommen. Also müsste Plastik jetzt auch wieder langsam angehen. Ja, Geschwindigkeit lohnt hier nicht, weil wir nicht genug davon haben. Ich hoffe, es stabilisiert sich. Sonst müssen wir einfach mal noch eine Oil Refinery aufbauen. Dann brauchen wir wieder mehr Ölfelder. Und das hat hier immer so einen Rattenschwanz alles. Gut, also das stabilisiert sich hoffentlich. Ich kann also erstmal mal nicht mit roten Chips rechnen. Könnte ich hier... Bauen wir mal ein paar Ohre. So, grün. Dä-dä-dä-dä-dä. Alles da lang. Und dann von hier irgendwie nach... Ah, das ist ganz schön weit oben. Wir brauchen mal so ein tolles Ohr. Gucken, wie toll die inzwischen wirklich sind. ist okay ist okay aber ich habe sie tollen änderungen gehabt möchte das war die nächst höhere stufe das heißt du gehst da wieder runter stoppt dahinten es darf nur keiner ich hoffe es funktioniert ja scheinen zu funktionieren eventuell brauchst du pumpen wo zwischen aber es funktioniert was sagen die tanz oben ja sehr gut sehr gut sehr gut habe ich noch eine raffinerie aus versehen gebaut chemik geplant schade kann ich dir einfach mal so nebenbei braucht irgendwas tolles an ressourcen zink können wir uns leisten baum dann brauchen wir einfach irgendwo daneben gut ist auch alles wieder anschlüsse nach staub abbrechen der anschlüsse mir gerade zu nervig ich denke da wir jetzt uns der 15 minuten markierung nähern gehe ich jetzt mal hierhin und klopke jetzt mal für ein paar minuten hier auf die steinchen ein das heißt der rest der folge ist nur noch ein zeitraffer und wir sehen uns den anfang nächster folge mit einer bestandsaufnahme für die gebuddelt habe oder ich melde mich wieder falls irgendwas währenddessen interessantes passiert ist also bis gleich und wir sehen uns auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020